Moin Leute und Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer etwas spezielleren Folge. Wir sind hier auf Hypixel Badwars und ich singe für euch ein schönes Ständchen, das mir spontan gekommen ist und ich es direkt aufschreiben muss und auf, wie heißt die Plattform, wo ich Videos mache? Stimmt, YouTube Leute, ihr habt es richtig mir in die Kommentare geschrieben. Also, lasst ein Abo und ein Like da und schreibt, wie ihr dieses schöne Lied findet. Dieses Lied heißt ein Lüschmopp und ja, damit starten wir rein. Sie nimmt alles hoch, sie nimmt alles hops, sie nimmt alles hoch, sie ist ein Lüschmopp, sie nimmt alles hoch, ihre Frisur ist ein Flopp. Man braucht Waschwascher und einen Lüschmopp, dann ist der Boden sauber, aber auch nass wie eine Rob. Man braucht ein Handtuch, um den Boden zu trock, dann ist der Boden sauber und nicht mehr nass wie eine Rob. Dann nimmt man ein Besen und macht alles weg. Dann ist der Boden sauber und vorbei ist der Web. Und dies war's, Leute. Eine schöne Gesangsleistung Bennys. Und ich hoffe, euch hat dieses schöne Ständchen vor dem schönen Parcours gefallen. Aber nee, wir machen jetzt keinen Parcours. Dieses Video wird so auf YouTube hochgeladen. Es ist ein nicht langes Video, aber Leute, ich sage damit, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet. Und damit tschö mit Ö, adieu, haut rein und ciao.